CTE, C, S, D, B, V, C, T, S, R, H, T, B, J, L, R, S, R, O, K, J. Das ist das Motto meiner ersten Sendung nach dem 19. November. Ich begann am 19. November und werde zur ersten Sendung danach zum Start in mein neues Sendejahr nochmal meine besten Titel spielen. Daher auch das kurze, aber einprägsame Motto CTE, C, S, D, B, V, C, T, S, R, H, T, B, J, L, R, S, R, O, K, J. Kürzer ging es ja nun wirklich nicht. Für alle, die lieber die lange Fassung hören wollen, gerne nochmal das Sendemotto ausformuliert. Carsten Todts erfolgreichster Clips seit dem Bestehen von Carsten Todts Radiosendern Hotentat beim je nachher lokalen Radiosender Radio OKJ. Für diese Sendung versuche ich, meine beliebtesten Projekte nochmal in eine einzige Sendung zu packen. Dabei orientiere ich mich sehr an den Viewszahlen bei YouTube. Wer mitwählen will, muss also nichts anderes tun, als sich meine Projekte auf YouTube anzuhören. Ich verspreche nicht, dass jedes Projekt seinen Weg in diese Sendung findet. Vor allem den Anteil an News-Zusammenschnitten und uninstrumentalisierten, verlängerten Versionen werde ich notfalls reduzieren. Ich tue aber mein Bestes, eine tolle Sendung aus meinen beliebtesten Projekten zusammenzustellen und so nochmal einen lohnenden Abend mit Rückblick zu schaffen. Schließlich steht an diesem Abend alles unter dem Motto CTE-C-S-D-B-V-C-T-S-R-H-T-B-J-L-R-S-R-O-K-J und so weiter aus dem Motto